Hallo, Los Trommlers hier. Mir folgt nun Teil 4 der Samba Breaks. Ihr kennt vielleicht das Stück Manamana von der Sesamstraße, aber auch bei den Muppets wird es ja oft gespielt. Da kommt immer folgender Break vor. Bei Los Trommlers gibt es da folgenden Spruch dafür. Schlag die Trommel jetzt! Dann folgen drei Achtelpause. Ich sage dann laut 1, 2, 3 und alle Antworten Schlag feste drauf auf Hochdeutsch. Wie das dann klingt, könnt ihr jetzt hören. Schlag die Trommel jetzt! 1, 3, 3, Schlag feste drauf! Schlag die Trommel jetzt! 1, 3, 3, Dann spielt der Fußballrhythmus an die Fußballklabe. Schlag die Trommel jetzt! 1, 2, 3, Dann folgendermaßen! 1, 2, 3, Dann springt der Fußballrhythmus an die Spielurflächen. 1, 2, 3, Dann werfen sie das jetzt! Dann spielt der Fußballrhythmus an dieination. 2, 3, 2, 3, Dann geht das jetzt echt. 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3. Vielen Dank.